Hallihallo mein lieben Homies, willkommen zum letzten Level zu Tony Hawk, ehrlich gesagt, willkommen zu Tony Hawk und das letzte Level ist jetzt Tokio. Was ich wie die Pest hasse, ist, wenn wir da einen Wettbewerb. Wir müssen auf jeden Fall Bronze, Silber oder Gold machen. Wir gehen erstmal jetzt rein hier. Ich denke mal, wir machen auf jeden Fall Bronze. Das ist das Wichtigste jetzt. Wie gesagt, ich mache danach noch einen Part, wo wir in diesem Part in allen drei Wettbewerben noch mal reingehen und Gold holen. Und dann machen wir noch mal einen Part, wo wir die letzten Startpunkte in jedem Level holen und die versteckten Decks. Bis auf dieses Tokio-Level hier, wo wir ein, zwei Startpunkte auf jeden Fall liegen lassen, weil ich da absolut keine Lust drauf habe. Außer irgendwann schreibt mal, na jo, hol die zwei Startpunkte, dann werde ich das machen, dann setze ich mich da hin, aber so habe ich da keinen Bock drauf. Egal, drückt mal jetzt die Daumen, dass das jetzt hier flüssig einfach läuft und gut ist, wir müssen uns jetzt erstmal einen guten Punkt aussuchen, wie wir am besten grinden. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir dürfen nicht auf die Schnauze fliegen und wir müssen gucken, wo wir unsere beste Grand Area haben. Wir gucken einfach mal. Let's go to the party, sag ich mal. Und der Eierkopf, Alter, fängt wieder auf den Kopf an. Oder auch nicht? Oder doch? Meine lieben Homies, keine Ahnung, warum Toni so was macht. Jetzt habe ich da mal live aufgenommen und nein, ich bin in diesem Part nicht. Wir lassen halt jetzt einfach so. Wir machen jetzt einfach einen neuen Versuch. Ihr habt gesehen, ne? Wir sind auf dem Kopf. So richtig dumm. Aber egal, wir ziehen durch. Erstmal gucken, wo wir grinden. Arm is swinging. To the next level. Ach shit, meine Moos. Meine Schuld. Let's geht's ab hier. Ach shit, Mann. Ich wollte hier den ganz schön. 900 ziehen und dann Happy Birthday. Ja, ist mir nicht gegönnt hier. Aber egal, wir probieren nochmal aus. Ja, sieht besser aus, meine Moos. Jetzt wollen wir natürlich eine schöne Stange hier zu griten. Schön Stange hier. Uhuhuhu. So. 98 sind am Start. Ist nicht viel, aber schon mal etwas. Auf jeden Fall, Toni, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Und wir gehen wieder zurück. Mein Lieben Homies, ich bitte gar nicht weg. Das ist das Schlimmste. Und wir haben schon einen Startpunkt eingesammelt. Dann läuft der bei uns hier. Wow. Toni, Mann, du Arschgesicht. Tschuldigung, wie Arschgesicht, mein Lieben Homies. Ach, das sah so gut aus, ey. Verdammt. Wir gucken mal. Wir lassen uns überrascht auf das Schaffen. Verdammt, Mann, dann fickt ihr noch die Schnauze. Oh, ein Richter gibt 91, 91. Oh, das ist nice, meine Homies. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dritter Platz. Ich würde sagen, wenn wir nochmal schaffen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Denk mal, das muss safe sein hier. So, wir fangen jetzt mal hier an zu grinden. Dritten hier rüber. Ziehen nochmal hier durch. Ich hab nur Killer Bench. So. Jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Jetzt gönnt er. Jetzt Millionen von Punkten. Ich weiß nicht, woher mein Limon ist. Ah, fuck, egal. 45.000 haben wir. Wie gesagt, wir fangen mit den 900 an. Wir könnten unsere Startpunkte, eher gesagt, nicht unsere Startpunkte, sondern wir könnten unsere Skills, Alter, locker ändern. Dann? Meine, ist das ernsthaft Tony? Ah, ich glaube, Tony sieht davon wie weit hier, ne? Warte ab, Tony. Ich werde Facebook machen und dann geht das Erd an. Meine Güte, was los mit dir, du Eierkopf? Meinen lieben Homies, wir fangen den Wettbewerb zu machen, ja. Den Wettbewerb. 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 Ach, geht doch, ey. Wenn wir einen neuen Versuch machen, fangen wir direkt komplett von vorne an. Alles klar, du sagst auch Bescheid. Hau rein, Tony. Oh, Sack. Schön. Hat er super gemacht, oder? Seid mal stolz auf Toni hier. Und wieder nicht. Und wieder nicht. Was ist denn los hier? Hallo, Jungs. Ihr müsst bedenken, ich spiele hier mit den Dingern. Hier, mit so einem chinesischen Kack-Controller. Nixen wir euch. Eigentlich doch. Ihr macht billige Scheiß und dann läuft nicht, Alter. Guckt ihr das mal an, Mann. Äh, nein! Und dann. Meine liebe Homies, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin hier. Wir machen jetzt nochmal einen neuen Versuch, das ist der letzte, ohne Scheiß. Immer real, 100% ankart. Ich lach mich gleich hier kaputt. Ist einfach so. Wenn er da was nachmacht, dann macht er was Vernünftiges. Nixen, billiger und vernünftig. Krass. Yeah, Mann. Woo! Back it up! Yeah! Oh, oh. Okay, letzte Mal, wenn ich mich danach mache ich aus. Konzentration. Zwei Runden, man, wir wollen nur eine Bronze. Danach gehen wir da nochmal rein. Also, warten wir erstmal hier lang. Und dann natürlich, wer nicht macht, ne? Und was dann nicht nochmal? Was dann vielleicht jetzt macht? Nein, macht er nicht. Fangen wir mal, ne? Warum sollen wir mitspielen hier? Haben wir nichts von. 68 Dose ist Mager. Ja. Halt's up. Ja, schab ich kaputt, bitch. ich glaube sie mich hingefallen immer weißt du so ein bisschen haben mehr als 91 93 haben wir ich sag mal so der cool wenn wir auf jeden fall diese hunde noch mal machen dann haben wir glaube ich sicher eine tasche wie gesagt wir fangen jetzt hier an wir diskutieren gar nicht mehr hey yo mein lieben homies habt ihr gesehen oder da war mal richtig abpackt der kleine schlinge der toni ne kleine bitch man hör doch auf damit du sack gesicht aber egal mein lieben homies sind wir haben noch eine runde und wenn das nicht klappt macht das einfach nicht eiskalt jetzt weil toni mich einfach aufregt moni meine güte macht den wieder das soll lächerlich oder ihr müsst euch diesen kleinen fiskontrolle hier vorstellen ach ich werde ich nur machen ach fack ey reicht hat reicht hat oder reicht hat nicht kaum macht ihr eierküpp all den gilt was los hier dort und oder was nix gegen fußball eure sache aber vielleicht sind alles meine ich meine homies sind auf dem zweiten platz wir sind auf den zweiten platz alles klar jetzt wollen wir den ersten jetzt wollen wir den ersten wir haben uns nicht um die startpunkte kümmern scheiß so schön wenig scheiß drauf aber jetzt geht es ab hier die menschen haben wir auf den sack geschwommen ja jetzt läuft doch meine momies jetzt hat mr eierkopf mal ein grind gemacht alter direkt am anfang wuuh und mal ich bin ich bin Gebt mal rum. Guck mal hier, wo wir hinkommen. Huchu! Hat das gereicht jetzt? Gib uns einfach den ersten. Damit unsere Homies wissen, was da wir sind. Gold wert sind sie. Komm, für die Homies hier. Ah, verdammt. Und Silber, meinen die Momies. Aber, wie gesagt, wir machen noch einen Part, wo wir in jeden Reihen nochmal gehen. Also, wo wir die Wettbewerber haben. Die drei Wettbewerber holen wir auf jeden Fall Gold. Und dann haben wir noch einen Part, wo wir die letzten Startpunkte holen. Und die versteckten Decks bis auf verkackte Poké. Huchu! Nice! Zweiter Platz. Ist okay. Kann man mit leben. Zehn Minuten hat dieser Part gedauert. So muss halt sein. Nein, wie gesagt, wir machen danach keinen anderen Skater, wenn wir einmal durch haben. Wir gehen nach Tony Hawk 4. Machen wir dann auch noch eine Tony durch. Und dann machen wir ganz chillig. Wer gönnt sich, gönnt sich. Wer nicht, der nicht, ne? Ich spürt auf jeden Fall mehr ins Skatern durch. Neuer Film, ich gleich. Profisch, sollen wir uns das angucken? Komm, wir gucken uns das zusammen an. Let's go to the party here. Aua! Oh, der hat man so gerade. Wir machen die? Ich stelle. Wenn die nicht, dann ist der거� Der hat man so pein. πως du wie gesagt hast dashehehe. Oh, jetzt versuche ich euch hier. aber so muss das sein so kommen ab zurück wenn man den part haben wir geschafft wir haben silber geholt auf jeden fall cool freut mich neue länder die kreuzfahrt spiel speichern ja ich war das hier mit den schiff spielstand überschreiben natürlich mein lieben homies es hat kreuzfahrtschiff hier das wäre mal richtig fett beenden ja dann gucken wir mal nach da gibt er noch ein paar verdammt oder gesagt gibt noch ein level ich habe gelassen tonio 4 mit dem schiff da stand da die kreuzfahrt wir gucken einmal karriere level spielen wahrhaftig meine momies die kreuzfahrt ist am start cruise ship nice sehr sehr nice meine momies ja dann gibt ein weiteres level einen weiteren fahrt für euch coole sache und danach wenn wir die kreuzfahrt durch haben hoffe ich mal nicht dass noch ein level kommt weil da muss auch mal schluss sein wir sind wir haben jetzt im ersten wettbewerb haben wir silbergold im zweiten bronze und dem dritten wieder silber und daraus machen wir gold in ein part und in der anderen part machen wir nochmal die versteckten startpunkte und die versteckten decks meine momies ich bedanke euch fürs zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten level auf wiedersehen